Wenn ich an das Thema Gebet denke, ist es manchmal ein bisschen crazy. Zum Beispiel, wenn ich mit jemandem spreche, ich kann ihn sehen und ich kann spüren, dass jemand da ist. Aber beim Gebet ist das manchmal anders. Und da muss ich wirklich Geduld haben, damit ich wirklich Gott erleben kann und vertrauen kann, dass er genauso gleich mit mir ist wie ein Mensch. War das meine Frage? Okay.